Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 1. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily, 1325, die erste Episode in diesem schönen Märzen. Wenn er dann ein solcher wird. Heute mit Anker, EU, Auktion, Newton, VW, LastPass und Polar. Ja, dann starten wir doch mal mit Anker. Die werden nächstens, nämlich am 23. von diesem Monat, auf Kickstarter eine Abverkaufsaktion starten. Es geht um den Everfrost Cooler. Was ist das? Das ist ein mobiler Kühl- und Gefrierschrank, den ihr nutzen könnt, um im Sommer draussen mobil, wo ihr gerade auch seid, da wo halt kein Kühlschrank oder keine Küche in der Nähe ist, auch das Bier zu kühlen, das Fleisch zu kühlen, was auch immer. Doch es kann mehr. Es kann zum Beispiel, es gibt es in drei verschiedenen Grössen, 33 Liter, 43 Liter und 53 Liter Fassungsvermögen. Und das kleinste Modell kann für 42 Stunden etwas auf 4 Grad runterkühlen. Also Bierfleisch, was auch immer. Ich gehe mal stark davon aus, dass dann niemals der Deckel geöffnet werden darf, während der Zeit, damit du auf diese 42 Stunden kommst. Aber das zeigt so in etwa, wo die Leistung hingehen könnte. Aber es geht, wie gesagt, noch mehr. Du kannst nämlich runter bis und mit minus 20 Grad. Das funktioniert dank eines verbauten Kondensators. Das grösste Highlight soll sein, dass du Lebensmittel und oder Getränke innerhalb von 30 Minuten von 25 auf 0 Grad Celsius runterkühlen kannst. Und das macht es natürlich dann interessant, wenn man knapp vor dem Grill-Event oder wo man auch immer das nutzen möchte, neue Dinge einkauft, die nicht gekühlt sind. Und wie soll das anders sein? Es lässt sich über eine App steuern und hat auf der Seite einen Flaschenöffner mit dabei. Plus Rollen. Na dann, Happy Sommer. Er soll doch irgendwann bald mal kommen für all diejenigen, die dann da möchten. Die EU-Kommission hat nun jetzt Apple informiert über die Bedenken der App-Store-Regelungen für Musik-App. Wer steckt da dahinter? Ja, Spotify. Die haben ja schon länger, ich glaube 2015, 2016, ihre Bedenken gemeldet und immer wieder mal wiederholt. Deswegen, ja, sie dürfen nicht ihre Abos auch draussen anbieten und günstiger, als ob die das günstiger machen werden. Dies wird keine paar Monate gehen, würden die die Preise auch wieder anheben und dann den vollen Funktionsumfang, sprich Portemonnaie-Umfang von euch nehmen. Auch das, was sie vorher immer gesagt haben, das müssen sie nur nehmen, weil Apple ja so böse ist und das Geld nimmt. Mal schauen, wie Apple jetzt reagiert und was da die nächsten Schritte sind. Die grösste Apple-Hardware-Sammlung wird aktuell verkauft. Die ist von einem Schweizer Lehrer gesammelt worden und umfasst Geräte, Apple-Produkte, aus dem Jahre 1977 bis und mit 2008. Da sind über 500 Mac-Computer und andere Apple-Produkte mit drin. Da sind Raritäten darunter wie der Lisa-Computer, der 1983 rausgekommen ist, Apple-Plus-Computer. Was haben wir noch? Den Blue Dolmatin, also den speziellen iMac in dieser farbigen, blauen, pastelligen Farbe und so weiter und so fort. Newton soll auch darunter sein. Auch die Apple-Quick-Take-Kamera. Ja, ihr habt richtig gehört, Apple hat mal Kameras hergestellt, also nicht in der Mehrzahl, sondern eine. Also schon mehrfach hergestellt, aber nur ein Modell. War nicht ganz so erfolgreich. Auch die Spielekonsole hat nicht das Goldene vom Ei erreicht, nee, das Gelbe vom Ei erreicht. Aber da, wie gesagt, alles wird innerhalb von einer Auktion versteigert und da kann jemand zuschlagen, der dann da gerne möchte. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Gerade in diesem Ding passend ist natürlich auch das Datum, der 27. Februar 1998. Ja, ich habe den Artikel erst eineinhalb Tage später entdeckt. Leider wurde der Apple Newton an diesem Tag eingestellt. Eigentlich ein wegweisendes Produkt, das seinerzeit weit voraus war. Hatte aber den Ding, dass damals Steve Jobs wieder zurückgekommen ist zu Apple und dann halt einfach das abgesagt hat, was der lustige Pepsi-Mann vorhin gemacht hat und das eingestellt hat. Er wollte sich, also Steve Jobs, auf den Mac konzentrieren und hat den eben mit vorbenannten iMac, der so schön farbig war, und anderen Aktionen auch wieder zu neuem Glanz verholfen, zu dem, was es heute ist. Und das ist auch nicht schlecht. Vor allem, eben wie gesagt, der Newton war seinerzeit voraus. Da waren schon Dinge möglich, die heute erst Geräte können. Ein richtig tolles Produkt, wie ich finde. Und ich habe euch in den Shownotes ein paar Apple-Werbevideos aus den 90er Jahren zusammengestellt, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr dann möchtet. Da seht ihr die Funktion eines Newtons. Dazu gehört zum Beispiel Schrifterkennung oder, wie gesagt, Umwandlung von Handschrift in digitaler Form und das Versenden von Fax. Ja, wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch das Video an, liebe Kinder. VE ist ein bisschen peinlich in die Medien geraten. Es war nämlich so, dass die Stadt oder die Polizei in der Stadt Illinois, nee, im Bundesstaat Illinois, die Polizei nach einem Auto gesucht hat, wo ein zweijähriges Kind drin war, das man unbedingt hätte wieder zurückhaben wollen. Weil das Auto wurde geklaut, das Kind war noch drin und Panik, logischerweise. Dann hat die Polizei natürlich VE angerufen, weil Online-Service und GPS und solche Geschichten, Nachverfolgung, die meinten aber, das machen wir nicht, weil die Kundin die Rechnung nicht bezahlt hat. Da waren 150 Dollar ausstehend, deshalb gab es kein GPS und auch kein Tracking, zumindest nicht das, was man ihnen gegeben hat. Unschöner Moment, VE hat eine Drittpartei Schuld gegeben, einem Dienstleister, der dazwischen ist. Auch schuldig ist wieder mal LastPass, wer die bis heute noch nicht verlassen hat, den verstehe ich eh nicht, nachdem ich immer wieder mal in den letzten Wochen und Monaten davon gewarnt habe. Jetzt soll es aber wirklich Zeit sein, denn ja, LastPass wurde wieder angegriffen und stellt euch vor, genau von den gleichen Leuten, die im August schon zugepackt haben und sich da Daten abgegriffen haben. Was haben sie dieses Mal gemacht? Sie haben einen der Mitarbeitenden, der Homeoffice gemacht hat, dessen Computer mit einem Trojaner versehen oder vielleicht gesagt, einem Tracking, einem Keylogger Malware. Sprich, die konnten dann sehen oder mitlesen, was der in die Tastatur eingetippt hat und sind somit dann auf die Cloud gekommen. Von LastPass haben da Informationen, Backups und alles Mögliche holen können. Da aber bei Amazon ist das komisch aufgefallen und da sind die Alarmglocken losgegangen. Aber es zeigt wieder mal, LastPass, lasst es sein. Geht weg da. Es gibt andere Alternativen. Auf dem Blog, da findest du Artikel dazu. Kann man oder sollte man dringend tun, wenn man es nicht schon hat. Polar, der Uhren- und Fitnessuhrenhersteller, der hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Technologie an andere Hersteller lizenzieren möchten. Es soll nicht nur die Sensoren für Herzfrequenzmessung, sondern mit Blutsauerstoffmessung, mein Gott reden, eine Beschleunigungssensor, ein Gyroskop und ein Drucksensor vermittelt werden. Auch ein Thermosensor ist damit im Paket und das können die Firmen einzeln oder im Paket von Polar übernehmen. Und dann dürfen sie sich XY Powered by Polar nennen und haben dann da eben deren Hardware und die Möglichkeiten mit drin. Na dann bin ich mal gespannt, wer als nächstes aufsteigt. Als allererstes ist das amerikanische Unternehmen Casio aufgestiegen mit ihrer G-Shock, der neuen G-Quad GBD-H2000. Die hat eben den Sensor von Polar mit drin. Und das war es dann auch mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Alles zum Nachlesen gibt es auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Und wenn du magst, gerne Feedback, Rückmeldungen. Freue ich mich immer wieder. Ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mag, mal eine Bewertung auf diesem iTunes, also genau iTunes, Apple Podcasts oder Spotify und so weiter dazulassen. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.